Morgen. Guten Abend. Mann, ey. Was denn? Au. Vielleicht willst du es doch mal wieder abschminken. Das war so klar. Was ist denn jetzt wieder? Gib doch einfach zu, dass du sie geil findest. Ja. Sie ist ganz hübsch. Na und? Was spielt denn das denn für eine Rolle? Keine. Außer, dass es dir total die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Mach du was du willst. Ich geh da jetzt noch mal hin. Was? Wohin? Zu aller Domspitz. Ja. War ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. I would like to go with my boss on a hiking tour. You see, my boss, he's an excited mountaineer. We'd climb higher and higher and reach the top, way below the glacier. And then I push him. There. Off he falls, screaming out my name, but I think we're done screaming out my name. Wohin? Where's healthcare in the olacak, morning of April 31st?